Es hat ja schon ihr Ende gefunden, die langsamen Biker sind eingetroffen, die schnelle Tour ist noch unterwegs. Ich hoffe, die Wadeln sind frisch und fit, alles ist noch gesund, ihr habt schöne sonnige Plätze. Wir freuen uns natürlich, dass wir so einen tollen sonnigen Tag erwischt haben und dass das hoffentlich auch so bleibt. Es sieht eigentlich ganz cool aus, genau wenn wir aufhören um 16 Uhr, dann kann es pullern oder enden, das stört uns nicht. Aber bis dahin haben wir noch viel, viel, viel mit euch vor, hier auf dem Radio SRW Showtruck. Es sind zum Beispiel dabei heute auch Little John Bikes, da könnt ihr immer mal wieder mit euren Rädern, auch wenn ihr gerade angekommen seid, hingehen und euer Fahrrad checken lassen und auch euch. Und außerdem könnt ihr, hier Ted, komm mal her, Ted hat nämlich so ein schickes Shirt an. Was denn? Ja. Alle, die an der Radtour teilgenommen haben, kriegen quasi so einen Rutschein und können dann sich das T-Shirt vom vergünstigten Preis bei uns kaufen. Und Männer, ich kann euch sagen, es macht aus jeder Hühnerbrust eine Breite, denn da steht nicht nur ratten scharf drauf, man fühlt sich dann auch so. Könnt ihr also hier rechts von der Bühne an unserem Kanter erwerfen, wo unsere knackigsten Topmodels männlicherseits, die wir von Hugo Boss geliehen haben, euch die T-Shirts persönlich auf den Leib schneidern werden. Das machen wir. Unser Partner ist ja heute auch mit dabei, AOK Sachsen-Anhalt. Und da haben wir auch den Herrn Hans-Jürgen Neumann. Und da haben wir auch mit dabei, AOK Sachsen-Anhalt.